Wir gehen jetzt da rein. Ich weiß nicht. Wir schwimmen jetzt da rüber. Es ist Wasser. Einfach nur Wasser. Das, was du trinkst. Hin und zurück, dann bist du wieder hier. Wir machen das jetzt. Ich weiß nicht. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es einfach geschafft. Das ist doch ein krasses Gefühl. Okay. Du brauchst keine Angst haben, Dina. Du schaffst das. Du schaffst das. Du musst dich dann einstellen. Ich bin jetzt bei dir. Paul? 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 Was willst du hier? Verpiss dich. Mach einen Abzug. Komm. Geht. Ich will da rein und dann. Komm einfach. Das sah gut aus. Hast du es jetzt? Ja, ich glaube schon. Gott. Du, Jonathan, am Wochenende kommt ein Freizeitpark hier in die Stadt. Hättest du Lust, mal mit mir hinzugehen? Klar, warum nicht? Aber nur, wenn Tom nicht mitkommt. Ich habe ihn nicht eingeladen. Okay, gut. Kennst du diese neue Achterbahn fast Looping? Nein. Da soll es angeblich fünf Loopings hintereinander gehen. Echt jetzt? Ja. Boah, ist das geil. Und dann machen wir wieder unsere Challenge. Wo du natürlich verlieren musst. Nein, du. Werden wir dann sehen. Weißt du, Paul? Ich finde es echt krass, wie groß das Universum eigentlich ist. Und wie wenig einfach der Himmel ist davon, den wir uns gerade anschauen. Das Universum breitet sich einfach immer weiter aus. Aber was ist, wenn es sich irgendwann nicht mehr ausbreitet und plötzlich irgendwas passiert? Was ist, wenn es nicht mehr ausbreitet ist, wenn es nicht mehr ausbreitet ist, wenn es nicht mehr ausbreitet ist. Na, wen haben wir denn da? Schönen Rucksack. Hast du Geld? Nein. Komm mal, ja. Schaut euch doch mal an. Ihr seid schon wie Tom. Geh. Geh einfach. Warum lässt du sie gehen, Mann? Warum lässt du sie gehen? Das sind nicht wir. Hast du es nicht gehört? Wir sind nicht wie Tom. Lass uns auch viel zu sehr von ihm beeinflussen. Tom. Hey. Komm, lass was zu uns machen. Ich habe richtig Bock, was zu machen. Da hinten ist Andy. Komm, wir gehen jetzt zu dem und kloppen den. Wo bleibt ihr? Oh nein, das wollen wir nicht. Wir sind nicht mehr dabei. Wir machen nicht mehr. Komm zurück. Hey Andy, es tut uns wirklich leid, dass ihr gehangen habt. Komm nicht. Wir nehmen mich mit. Okay. Mir ist wie Paul. mir auch sehr toll kommen seelisch nicht ganz klar damit ja Paul hat mir bei so vielen geholfen der fühlt mir schon als Freund auch so normal das ist lustig hat mir nämlich auch geholfen hätten mir gezeigt wie es sein kann einen wahren Freund zu haben und vor allem wie wichtig es ist jemanden zu haben an dem man sich halten kann so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020